guck mal rumpalum aber power schuss ja du kannst auch angreifen wenn du auf dem sitzt kann ich von dem auch mit der armbus schießen ich weiß ich kann schießen hier aber ich kann auf dem ding kann ich doch hier auf dich zielen ja da versuchen zu schießen ich habe dich getroffen bei mir nicht bei mir habe ich geschossen bei mir nicht bei mir habe ich jetzt doch ich weiß für meine hund kann ich es nicht weil schießen links klick ist bei dem bei dem angriff also hier kann man kann ja auch so angreifen guck mal ein bisschen mehr geld jungs ich bin gleich ich habe 244 habe ich das ganze zusammen erspartes mitnehmen brennt ich zieh aus jungs warum man sie warum schnittst du habe ich benutze es für unsere ganzen unsere ersparnisse dafür dass ich mir ein haus kaufe es ist nicht der erste lede das das machst du jetzt nicht wir können uns pelz damit holen ja genau mal der fettsack sieht aus dies ist der wichser jetzt nicht mehr in seinem haus wirst du verarschen ich habe gerade mit ihm gehandelt ich zähle ich dem die bude ich schwöre jetzt wird zwar nicht in dir gleich die bude alder wenn du die gekauft hast jetzt der fucking feld der feld händler sich über er hat gesnitzt wotter fok dann kann ich mir kein pail ist auch okay so geht es ja zu king parker oder nicht ja können wir machen ich wollte wieder er schnell reise nein das hier wo ist der bastard der bastard ist da wo der bastard ist was ist einfach das dorf hier irgendwann mal überfallen alle killen weil hier ist ja nur einer irgendwie wirklich mit einer knarre in der hand ich glaube den sport halt noch andere leute ist einfach das gar was du da hat da müssen die richtung was für der pelhändler ist nicht da wenn wir gar nicht da ist da ist er da aber der hat wie viel geld hast du 14.000 also ja komm her komm her komm her univolt musst du dir holen ja den ball haben wir noch nicht aber der kollege war einfach bei mir nicht mehr da hier hol dir univolt wie er dreh dich mal gleich einfach um und guck mal wie er hier nicht reinpasst der arme kein wixi ok passt schade das wäre das wäre so game changer könnte meine zu 20 wixi bei einem kaufen da kann man 2384 leben leute das ging ja trotzdem müssen wir denn ja machen wir haben wir im vier schüssen tot denkst du jetzt mein gott ist das ein fettsack der ist ja noch fällt alles andere ich drücke f reiten und der bastard ist gedrückt halten mache ich macht nichts jetzt schwebt da kommen wir nicht mehr so hin wollte dem keine headshot geben ja war es rennt er weg müssen zu einem anderen glaube ich na klar wir können über die brücke weiter rechts steht ich glaube hier war doch eine brücke das ist so als ob du gerade so gut aus so weiter rechts gerade hier geht sie nach links ich will die klippe dann einfach hochgeklettert was er nicht unter unserer base links darunter dieser steinkreis das ist einer von den anderen sparen punkten wenn du hierher gekommen und daraus ist der mond wäre schon eine fette gerade wenn ich nichts entdeckt ne übel also wir sind noch wissen noch krass am anfang von der map er werden wir auch noch nicht wirklich viel erreicht das spiel ging ja auch eigentlich gefühlt nur pokémon mit knarren wir haben noch nicht mal eine knarre fast schon zu kurzig dafür dass wir den volk mit feilen voll schießen müssen wir auf der anderen kommen dass wir weil man kann wenn ich den kleinen oder ihr kildern ihr wollt ja noch wochenende das kiste wenn man fragt ihr auch wochenende bisher haben wir nicht gefragt ob wir machen wollen ja gut unter der woche will ich jetzt keine dreschen feld spiel das müssen siehst du dass das meine ich gott hier wenn wir ändern aber für so ein spiel kann man doch gerne mal drei stunden auf sich nehmen ich meine weil das auch am anfang gesagt du willst nur zwei stunden spielen und jetzt ist du auch schon drei stunden hier er frem weist aber noch ganz groß der meinung selbst wenn ich nichts zu tun hätte würde ich nicht länger als zwei stunden spielen wollen da war ich auch noch der meinung dass die anderen zu gut ding kommen das sind wixies dass ihr zu was kommt als die keks gefragt aber über die für leute noch will was kommt zurück nee erst mal der 6 gefreut wie lange dauert es ja so eine runde mindestens 90 minuten nicht so schön wie viele ich glaube ich überhaupt bin ich gerade überhaupt auf dem richtigen weg ja einfach geradeaus diese ente hacken hilft hilft mir war gerade gut den berg hoch zu können perfekt zwei neue wixies für die form zwei hast du sogar bekommen ja die standen hier oben schon richtig bock auf morgen montag richtig morgen schon montag also ich schon fast freitag digga das ist diese brücke die ich gedacht Leute hier ist ein wixie gefangen wie kann ich es befreien weil du hast das schon mal gemacht und dann wie kriegt kann ich den einfach einfangen oder ich bin hierbei bei so rookies haben sie mich bei mir ist ja mich bemerkt diese syndicate lage muss man öfters abklappern dass ich war nämlich jetzt bei einem anderen wo ich eigentlich schon befreit habe oder ich habe einen richtigen wählen also ja ungefähr das einfach ohne pokémon folgen ist das schlauer auch die musik erinnert auch so krass an pokémon muss man schon echt sagen ich glaube auch warum die zu pokémon legenden kein kein gameplay gezeigt haben ist einfach wegen dem hohen druck um parallel world das ist das ist einfach nur eine tonne scheiße alter dieses dieses trocken geflogen das ist einfach nur eine tonne nichts macht die ihm schon damage ne neunfalls soja ok wir können gleich anfangen ich bin da ja hey ich habe ein paar leute tschuldige der sieht ja richtig affig aus ja das ist einfach wie heißt der empolion mit akkani und irgendein relaxo oder so gefahrt also das ist einfach king parker aus dem grund weil er maserati logo auf sich drauf hat was ist der vom vom typ her normal wie einfach sich nur verpisst was macht er ja bis jetzt alles verfehlt man wir machen der cross war macht ja auf ihnen gar nichts alter irgendwie nicht jetzt wollen wir doch ein bisschen pokémon freunde ja also wir müssen nur fettsäcke eigentlich bei uns arbeiten lassen das macht es wieso schade ich wollte mal versuchen ich bin überall die armen brüste nachladen ja die haben schon so oft verfehlt ich jetzt in den nahkampf habe ich auch versucht nach der erdbeben gemacht und da hab ich nen trauma dein perl ist hungrig deine mutter ist hungrig aber das funktioniert nahkampf ist einfach viel effektiver ja bis er erdbeben macht und dann weinen da nach da jetzt richtig ja ich nicht ich habe immer noch wo bist du du liege wie egal wie der einfach auf dich rumtrampelt ja 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 warum liegt der weiß es nicht der bläht sich auf hä hä dem headshot zu geben ist aber auch verdammt schwer wer hat geworfen ich wild ja vier prozent können ich mal ein wackler wir sollten wir sollten wer drauf oh 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 jawoll na ist erster boss sieg hat für erster boss sieg ja jordan nimmt es mal mit ich glaube es ist das erste weil sie ich meine respawn ja also das ist ganz easy das ist doch noch mal ein bisschen hin geht dann kann sie jeder von das online mein weasel ist tot sich grad mit der mein hier schenken du bastard musst du immer abhauen naja will ihn umbringen alter ja ist auch wichtig ich hoffe ich wollte doch auch nicht schnell ich kann dir so helfen und aber Vielen Dank.